Ich grüße dich ganz herzlich. In diesem Video möchte ich kurz etwas zur Meinungsfreiheit sagen oder auch besser zur Zensur und gleich im Anschluss an meine Ansprache einen bereits eingesprochenen Text abspielen über das Library-Protokoll und die Plattform, den Dienst. Zuvor jedoch kurz eben das, was ihr sowieso schon wisst, nämlich bei YouTube kann man nicht sagen, was man denkt. YouTube hat eine Community-Richtlinie, aber diese Richtlinie wird nicht von der Community, sondern von YouTube festgelegt und ist politisch und wirtschaftlich, wie auch immer, motiviert und lässt bestimmte Inhalte nicht zu. Besonders bei dem C-Punkt-Thema ist es besonders heikel, etwas zu sagen und man weiß schon gar nicht mehr, wann die Grenze überschritten ist. Wie ihr ja auch bestimmt mitbekommen habt, sind in der letzten Zeit viele Kanäle gelöscht worden. Von den, ich nenne es nicht mehr Alternativen, sondern neuen Medienschaffenden hat es erwischt, zum Beispiel Oliver Janich oder auch Ken Jebsen. Der hat jetzt den zweiten Strike und steht kurz vor der Löschung, also beim nächsten Mal ist der Kanal weg, deswegen hat er alle Videos auf privat gestellt. Ich nenne jetzt mal die mit der größten Reichweite. Olli Janich hat über 100.000 oder noch mehr Abonnenten. Ken Jebsen über 500.000. Nuo Viso wurde jetzt auch mit Strafmaßnahmen belegt und das nur, obwohl sie WHO-Papiere zitiert haben. Das steht ein bisschen im Widerspruch zu den Richtlinien von YouTube, wie ich ja bereits in meinem letzten Livestream auch durchgegangen bin. Da steht ja drin, dass es den WHO-Richtlinien und den lokalen Gesundheitsbehörden diesen Informationen entsprechen muss und ansonsten sind es Fehlinformationen und somit nicht erlaubt. Also, der digitale Marktplatz wird ja nicht von heute auf morgen verschwinden. Auch wenn es wichtig ist, Angesicht zu Angesicht zu sprechen und in der realen Welt zu agieren, wird es trotzdem weiterhin den digitalen Austausch und Tummelplatz geben und den brauchen wir auch und der ist auch hilfreich. Und welche Alternativen gibt es also zu YouTube? Deswegen mache ich das Video, um kurz das System bei Library zu erklären. Denn im Vergleich zu den anderen Alternativen in den letzten Jahren, die sich nicht durchgesetzt haben, bietet Library ein paar Eigenschaften, die erfolgsversprechender sind. Zunächst mal, bevor ich darauf eingehe, wollte ich noch sagen, auch Telegram, der Macher von Telegram, Pavel Durov, der hat ja im Mai diesen Jahres in einem Posting auf Telegram beschrieben, dass ein US-Gericht sie davon abgehalten hat, ihre sogenannte TON-Kryptowährung, die sie bei Telegram implementieren wollten, dass ein Gericht sie davon abgehalten hat, dort weiter dran zu arbeiten. Die Erklärung ist auch ganz interessant. Wenn ihr wollt, ja, die fünf Minuten werden wir haben, lese ich das mal kurz vor, was der Pavel Durov damals geschrieben hat und danach kommen wir zu Library und wie es funktioniert. Ich blende dazu jetzt mal den Brave Browser ein. Und das ist der Artikel vom 12. Mai und ich lese die Übersetzung vor. Was war TON und warum ist es vorbei damit? In den letzten zweieinhalb Jahren haben einige unserer besten Ingenieure an einer Blockkettenplattform der nächsten Generation namens TON und einer Kryptowährung gearbeitet, die wir Gram nennen wollten. TON wurde entwickelt, um die von Bitcoin und Ethereum eingeführten Prinzipien der Dezentralisierung zu teilen, aber ihnen in Geschwindigkeit und Skalierbarkeit weit überlegen zu sein. Wir waren sehr stolz auf das Ergebnis. Die von uns entwickelte Technologie ermöglichte einen offenen, freien, dezentralisierten Austausch von Werten und Ideen. Durch die Integration mit Telegram hatte TON das Potenzial die Art und Weise, wie Menschen Gelder und Informationen speichern und übertragen, zu revolutionieren. Leider hat ein US-Gericht TON davon abgehalten. Wie konnte das geschehen? Stellen Sie sich vor, dass mehrere Leute ihr Geld zusammenlegen, um eine Goldmine zu bauen und um später das Gold, das dabei herauskommt, zu teilen. Dann kommt ein Richter und sagt den Minenbauern, viele Leute haben in die Goldmine investiert, weil sie auf Gewinne aus waren. Und sie wollten das Geld nicht für sich selbst, sondern sie wollten es an andere Leute verkaufen. Aus diesem Grund ist es ihnen nicht erlaubt, das Gold zu geben. Ihnen das Gold zu geben. Also, wenn das für sie keinen Sinn ergibt, dann sind sie nicht allein. Aber genau das ist mit TON, also der Mine passiert, ihren Investoren und Grams dem Gold passiert. Ein Richter benutzte diese Argumentation, um zu entscheiden, dass es Menschen nicht erlaubt sein sollte, Grams zu kaufen oder zu verkaufen, so wie sie Bitcoins kaufen oder verkaufen können. Und vielleicht noch paradoxer ist, dass das US-Gericht erklärte, dass Grams nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit nicht vertrieben werden dürfen. Warum? Weil, so das Gericht, ein US-Bürger einen Weg finden könnte, auf die TON-Plattform zuzugreifen, nachdem diese gestartet wurde. Um dies zu verhindern, sollte es also nicht erlaubt sein, Grams überall auf der Welt zu verteilen, selbst wenn jedes andere Land auf dem Planeten mit TON völlig einverstanden zu sein schien. Diese Gerichtsentscheidung impliziert, dass andere Länder nicht die Souveränität haben, zu entscheiden, was gut und was schlecht für ihre eigenen Bürger ist. Wenn die USA plötzlich beschlossen hätten, Kaffee zu verbieten und verlangten, dass Coffeeshops in Italien geschlossen werden, weil ein Amerikaner dort hingehen könnte, wir bezweifeln, dass irgendjemand dem zustimmen könnte. Leider hat der US-Richter in einer Sache recht. Wir, die Menschen außerhalb der USA können unsere Präsidenten wählen und unsere Parlamente wählen, aber wir sind immer noch von den Vereinigten Staaten abhängig, wenn es um Finanzen und Technologie geht. Und zum Glück nicht bei Kaffee. Die USA können ihre Kontrolle über den Dollar und das globale Finanzsystem nutzen, um jede Bank oder jedes Bankkonto der Welt zu schließen. Sie können ihre Kontrolle über Apple und Google nutzen, um Apps aus dem App Store und Google Play zu entfernen. Also ja, es stimmt, dass andere Länder nicht die volle Souveränität darüber haben, was auf ihrem Territorium erlaubt ist. Leider sind wir, die 96 Prozent der Weltbevölkerung, die anderswo leben, von Entscheidungsträgern abhängig, die von den 4 Prozent, die in den USA Leben gewählt werden. Dies könnte sich in der Zukunft ändern. Aber heute befinden wir uns in einem Teufelskreis. Man kann nicht mehr Ausgewogenheit in eine übermäßig zentralisierte Welt bringen, gerade weil sie so zentralisiert ist. Wir haben es aber versucht. Wir überlassen es den nächsten Generationen von Unternehmen und Entwicklern, das Banner in die Hand zu nehmen und aus unseren Fehlern zu lernen. Ich schreibe diesen Beitrag, um offiziell bekannt zu geben, dass die aktive Beteiligung von Telegram Anton beendet ist. Sie sehen vielleicht oder haben es bereits gesehen Seiten, die meinen Namen oder die Marke Telegram oder die Abkürzung Ton verwenden, um für ihre Projekte zu werben. Vertrauen Sie ihnen nicht ihr Geld oder ihre Daten an. Kein gegenwärtiges oder ehemaliges Mitglied unseres Teams ist an einem dieser Projekte beteiligt. Es mag zwar Netzwerke geben, die auf der Technologie basieren, die wir für Tonnen aufgebaut haben, aber wir werden keine Verbindung zu ihnen haben und wir werden sie wahrscheinlich nie in irgendeiner Weise unterstützen. Seien Sie also vorsichtig und lassen Sie sich von niemandem in die Irre führen. Ich möchte diesen Beitrag schließen, indem ich all jenen Glück wünsche, die nach Dezentralisierung, Ausgewogenheit und Gleichheit in der Welt streben. Sie kämpfen den richtigen Kampf. Dieser Kampf ist vielleicht der wichtigste Kampf unserer Generation. Wir hoffen, dass Sie Erfolg haben, wo wir versagt haben. Soviel also von Pavel Durov. Und nun eben der zuvor schon eingesprochene Text von Library. Da muss ich jetzt ganz kurz mal umschalten. Hier ist also der Text auf Englisch. Und jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich denn... So, trinkt mal an eurem Kaffee. Ich mache das live. Ich suche mir meinen VLC, schalte die Audioausgabe um und starte das gleich und vorher mache ich mein Mikrofon stumm. Also nun folgt die Einführung für Library. Bitte bleibt dran oder schaltet ab. Aber es ist wichtig, denn das System, das dahinter steht, ist vielversprechend. Und ich kann ja noch, bevor ihr euch das nicht antun wollt, die lange Erklärung noch mal kurz zeigen. Library sieht so aus. Kann man das sehen? Nein, es ist nicht da. Da muss ich es erst herholen. Wo ist es? Da ist es. Sieht man es nun? Das ist live. Jetzt sieht man etwas. Jawohl. Das ist jetzt gerade der Kanal von Klagemauer TV. Ich zeige euch mal meinem Kanal. Ich habe nun mein YouTube-Konto transferiert, mein YouTube-Account und der hat automatisch 161 Videos übertragen. Ihr habt ihr gerade ein Fenster gesehen, could not load. Das habe ich gerade zugemacht. Das war Red Ice Radio, Flashback Friday, die Halloween-Ausgabe. Die hat er nicht geladen, weil das ist das einzige Problem, was noch besteht. Wenn die Inhalte zu wenig verteilt werden und zu wenig geschaut werden, weil es uns eben mit der Zeitumstellung, mit dem Zeitversatz zu tun hat. Also in den USA, wie soll ich es erklären? Ja, die laufen eben nicht rund um die Uhr. Die Benutzer sind nicht rund um die Uhr online und die, die es angeschaut haben. Die sind jetzt nicht verfügbar, weil dort gerade Nacht ist und dann kann ich den Inhalt manchmal nicht laden. Das wird sich aber regeln, das Problem. Und die meisten Inhalte, die ich anschaue, sind sehr gut verfügbar. Das war jetzt nur bei Red Ice TV, weil es eben nur wenige Aufrufe hatte und somit konnten die Versatzstücke nicht geladen werden. So kann der Inhalt nicht abgespielt werden. Bei den deutschen Inhalten, wenn ich das abspielen wollte, gab es bis jetzt keine Probleme. Wie ihr seht, das Frontend ist ganz gut und es sieht so ähnlich aus wie bei YouTube. Es ist so, dass er auch den Inhalt hier herunterlädt. Man kann also das natürlich ohne extra Software oder sonst wie offline verfügbar machen, indem man den Beitrag herunterlädt und dann sich später anschauen kann. Das wird dann eben in der eigenen Library auch angezeigt und durch das dezentrale System kann der Inhalt aus verschiedenen kleinen Teilen zusammengesetzt werden. Und ich kann euch, wenn wir gerade dabei sind, auch zeigen, ich habe eben einen Einladungslink auf Telegram gesendet und einige haben das angenommen. Und wenn die sich auch bei Library anmelden, dann bekomme ich eine kleine Belohnung von 15 LBC pro Benutzer. Ich müsste es umrechnen. Das ist eben nicht sehr viel, aber es ermöglicht mir dann eben Inhalte zu platzieren. Und es gibt ein ausgeklügeltes Belohnungssystem. Das heißt eben, je nachdem wie viele Inhalte man schaut, wie viele Kanäle man abonniert, ob man die Sachen zu Ende schaut, beziehungsweise eben auch im Netzwerk verfügbar ist und so weiter, bekommt man also Credits. Das soll einfach die Attraktivität erhöhen und durch den Einladungslink soll einfach auch Aufmerksamkeit erzeugt werden, damit mehr Leute sich bei Library anmelden. Denn je mehr Leute teilnehmen, umso besser ist es, was die Redundanz angeht, verzeiht mein Durcheinander-Gerede, aber so bin ich. Nun werde ich also mein Mikrofon stumm schalten und den Text abspielen. Erst Teil A Kunst im Internet-Zeitalter Eine Einführung in Library Im Jahr 34.000 v. Chr. gab es Höhlenmalereien und das war's. Wenn man von einem schwülen Augusttag, an dem man am Veser-Fluss auf der Nahrungssuche war, nach Hause kam, war die einzige Form der nicht lebendigen Kunst oder Unterhaltung, die zur Verfügung stand, so etwas wie der oben erwähnte Büffel. Heute leben wir in einer Welt fast unendlicher Wahlmöglichkeiten. Das gilt nicht nur für die Kunst, sondern für alle möglichen Dinge, wie Kartoffelchips. Seit der Ära der Höhlenkunst hat sich die Menschheit unaufhörlich und progressiv in Richtung vernetzter, effizienterer und zunehmend transparenter Märkte entwickelt. Diese Unterströmung von Verbundenheit und Offenheit hat sich auf alles, was Menschen produzieren, ausgewirkt. Nerds wie wir spekulieren gerne mit anderen im Internet über das Endspiel dieses Trends. Wie wird die Gesellschaft aussehen, wenn wir eine Star-Trek-ähnliche Fähigkeit haben, alles, was existiert, sofort und frei zu reproduzieren? Der Begriff für diese Gesellschaft lautet Post-Scarcity. Scarcity steht für Mangel oder Knappheit. Fußnote Beachten Sie, dass die Post-Scarcity die Notwendigkeit, neue Güter zu schaffen, nicht beseitigt, sondern nur die Kosten für die Vervielfältigung von Gütern eliminiert oder auf Null reduziert. Solange Menschen sich Güter wünschen, die vorher nicht existierten, wird es immer eine Marktnachfrage nach der Schaffung von Gütern geben, selbst in einer Welt nach dem Ende der Knappheit. Im Allgemeinen wird Post-Scarcity als fantastisch angesehen, als etwas, das in unserem Leben nie passieren wird, mit Ausnahme eines Bereiches, digitale Güter. Kunst im Internetzeitalter ist unendlich reproduzierbar und leicht zu teilen. Dies ist eine große Veränderung gegenüber allen früheren Zeiten in der Geschichte. Früher haben Vinyl-Schaltplatten Audio in physischen Rillen aufgezeichnet, Bänder haben Daten auf Magnetstreifen aufgezeichnet, Kompaktdisk enthalten digitale Dateien, die von Lasern gelesen werden. In jedem dieser Fälle ist physische, medienspezifische Hardware erforderlich, um die Datenbits, aus denen der digitale Inhalt besteht, sowohl zu produzieren als auch wiederzugeben. Heute besteht Kunst nur noch aus Daten, eine Zeichenfolge aus Einsen und Nullen, eine Zahl, und wir brauchen keine spezielle Hardware mehr, um digitale Inhalte zu dekodieren und zu genießen. Wir verwenden dieselben technologischen Methoden, um ein einziges Mal auf ein persönliches Foto zuzugreifen, wie wir es bei einem Blockbuster auf Netflix tun. Dies ist ein großer Schritt vorwärts gegenüber der Vergangenheit. Wenn die Produktionskosten auf Null sinken, steigen die Auswahlmöglichkeiten. Digitale Vertreiber bieten praktisch jedes Lied, jeden Film, jedes Foto oder Buch zum Kauf und Herunterladen auf jedes internetfähige Gerät an. Die Technologie hat auch die Produktionskosten gesenkt. Es war nie einfacher für angehende Künstler, durch Selbstveröffentlichung eine Anhängerschaft zu erlangen. Die Digitalisierung der Kunst hat sowohl für die Urheber von Inhalten als auch für die Verbraucher einen großen Mehrwert geschaffen, die Kosten gesenkt und die Auswahl vergrößert. Dieser Übergang steckt noch in den Kinderschuhen. Mit Library werden wir ihn ein wenig reifen lassen. Ein Marktplatz des Volkes Library ist der erste digitale Marktplatz, der von den Marktteilnehmern und nicht von einem Unternehmen oder einer anderen dritten Partei kontrolliert wird. Es ist der offenste, faireste und effizienteste Marktplatz für digitale Güter, der je geschaffen wurde, mit einem Anreizsystem, das ihn dazu ermutigt, der umfassendste zu werden. Auf der höchsten Ebene tut Library etwas außerordentlich Einfaches. Library schafft eine Verbindung zwischen einem eindeutigen Namen und einem digitalen Inhalt, wie zum Beispiel einem Film, einem Buch oder einem Spiel. Dies ähnelt dem Domain-Namen-System, das Sie wahrscheinlich für den Zugriff auf genau diesen Beitrag verwenden. Library tut dies jedoch nicht über einen proprietären Dienst oder ein proprietäres Netzwerk, sondern als ein Protokoll oder eine Methode, Dinge zu tun. Ähnlich wie HTTP, DNS und andere Spezifikationen, die das Internet selbst ausmachen. Genauso wie viele verschiedene Domänen, die vielen verschiedenen Firmen gehören, alle eine gemeinsame Sprache sprechen, so kann auch jede Person oder Firma Library sprechen. Es ist kein besonderer Zugang oder eine besondere Erlaubnis erforderlich. Library unterscheidet sich vom Status Quo in drei großen Punkten. Erstens, gekoppelte Zahlung und Zugang. Falls gewünscht, kann die Person, die auf Library, und dann seht ihr die eingeblendete Adresse, veröffentlicht, eine Gebühr von den Benutzern verlangen, die den Inhalt ansehen. Zweitens, dezentralisiert und verteilt. Die für Library veröffentlichten Inhalte sind nicht auf einen Computer oder ein Netzwerk beschränkt, was Library robust gegenüber Ausfällen und Unterbrechungen macht. Drittens, von der Gemeinschaft kontrolliert. Keine andere Partei außer dem Herausgeber, einschließlich uns, kann Inhalte im Library-Netzwerk einseitig entfernen oder blockieren. Fußnote, wenn es Sie beunruhigt, dass Library verletzende oder unappetitliche Inhalte erleichtert, das wird im Abschnitt Combating the Ugly angesprochen. Die Erstellung eines Protokolls, das wir selbst nicht kontrollieren können, klingt zwar chaotisch, aber in Wirklichkeit geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Jedes andere Verlagssystem erfordert es, einem Vermittler zu vertrauen, der die für Sie geltenden Regeln einseitig ändern kann. Was passiert, wenn Sie Ihr Geschäft auf YouTube oder Amazon aufbauen und Sie die Gebühren ändern oder Apple ihre Inhalte fallen lässt, weil der chinesische Premierminister der Meinung war, ihre Komödie gehe zu weit? Nur Library besteht aus einem bekannten, zugesicherten Regelwerk, das niemand einseitig ändern kann. Library stellt dies sicher, indem es etwas Einzigartiges tut. Es überlässt den Nutzern die Kontrolle, anstatt diese Kontrolle für sich selbst einzufordern. Ein Anwendungsbeispiel Sehen wir uns eine Beispielverwendung von Library an. Ernest veröffentlicht einen Film über Library, der später von Hillary gekauft und angesehen wird. Erstens, Ernest möchte seinen Komödien-Horrorfilm Ernie Runs for President veröffentlichen. Zweitens, der Inhalt wird verschlüsselt und in viele Stücke geschnitten. Diese Stücke werden von Hosts gespeichert. Drittens, Ernest reserviert Library Ernie Runs, ein Name, der auf seinen Inhalt hinweist. Viertens, wenn Ernest diesen eindeutigen Namen reserviert, übermittelt er auch Metadaten wie eine Beschreibung und ein Miniaturbild. Fünftens, Hillary, eine Benutzerin, öffnet ihren Browser, durchsucht das Library-Netzwerk und entscheidet, dass sie den Film sehen möchte. Sechstens, Hillary stellt Ernest eine Zahlung für den Entschlüsselungsschlüssel aus, damit sie den Film sehen kann. Und siebtens, Hillary's Library-Client holt die einzelnen Stücke von den Hosts ab und setzt sie wieder zusammen, wobei er den Schlüssel benutzt, um die Stücke zu entschlüsseln, falls nötig. Dies ist für Hillary transparent und der Film wird innerhalb weniger Sekunden nach dem Kauf abgespielt. Aus der Perspektive des Benutzers ist die Interaktion extrem ähnlich zu der, die auf Hunderten von verschiedenen Websites stattfindet, ähnlich wie bei YouTube, Amazon und Netflix. Der Hauptunterschied besteht darin, dass dies über ein Netzwerk geschieht, das vollständig dezentralisiert ist. Die Daten und die Technologie, die die gesamte Interaktion ermöglichen, sind nicht von einer einzigen Entität abhängig und werden auch nicht von dieser kontrolliert. Das Library-Netzwerk Um genau zu verstehen, was Library ist und warum es wichtig ist, muss man sowohl Library als Protokoll als auch die Dienste verstehen, die das Protokoll ermöglicht. HTTP ist das Protokoll, das das Surfen im Internet ermöglicht, aber ohne den Dienst eines Webbrowsers wäre es wenig interessant. Um Library zu verstehen, muss man sich Library in zwei Schichten vorstellen. Protokoll und Dienst. Das Protokoll bietet eine grundlegende, zugrunde liegende technologische Fähigkeit. Der Dienst nutzt das Protokoll, um etwas zu tun, was ein Mensch tatsächlich nützlich finden würde. Für einen Benutzer, der Library auf der Dienstebene benutzt, wird die Magie dessen, was das Library-Protokoll tut, weitgehend transparent sein, so wie ein typischer Internetbenutzer nichts davon sieht, wie HTTP funktioniert. Über eine Library-Anwendung wird ein Benutzer in der Lage sein, eine vertraute Schnittstelle zu öffnen, um schnell und einfach einen digitalen Inhalt zu entdecken und zu kaufen, der von irgendjemand auf der Welt veröffentlicht wurde. Eine solche Anwendung wäre jedoch ohne die Library, die darunter liegende Schicht, das Library-Protokoll, nicht möglich. Erste Schicht, das Protokoll. Obwohl das Protokoll ein umfassendes Regelwerk ist, ist es als zwei Teile leichter zu verstehen. Erst Teil A, die Library-Blockkette, Blockchain. Eine Blockkette oder verteiltes Ledger ist die Schlüsselinnovation hinter dem Bitcoin-Netzwerk. Blockketten lösten das sehr komplizierte technologische Problem, dass ein Haufen verteilter, ungleiche Einheiten sich alle über einen konkurrierenden Stand der Dinge einig sind, zum Beispiel, wie viel Geld sie sich gegenseitig schulden. Wie Bitcoin hält auch die Library-Blockkette Guthaben, in diesem Fall Guthaben der LBC, der Kryptowährung, der Library und der Krediteinheit, aufrecht. Noch wichtiger ist, dass die Library-Blockkette auch ein dezentralisiertes Nachschlage- und Metadatenspeichersystem bietet. Die Library-Blockkette unterstützt einen spezifischen Satz von Befehlen, der es jedem erlaubt, im LBC ein Gebot abzugeben, um einen Library-Namen zu kontrollieren. Ähnlich wie bei der Kontrolle eines Domain-Namen. Wer einen Namen kontrolliert, darf beschreiben, was er enthält, was der Zugriff kostet, wer zu bezahlen hat und wo er zu finden ist. Diese Namen werden in einer ständig laufenden Auktion verkauft. Wir werden etwas später mehr über dieses System sprechen. Wenn Sie ein Programmierer sind, erkennen Sie vielleicht die Library-Blockkette als einen Schlüsselwert Speicher. Jeder Schlüssel oder Name entspricht einem Wert oder einem Metadateneintrag. Die Partei oder Parteien, die am meisten LPC bietet oder bieten, erhält die Kontrolle über die Metadaten, die von einem Schlüssel-Lookup, also einer Suche, zurückgegeben werden. Hier ist ein Beispiel für einen Schlüsselwerteintrag in der Library-Blockkette. Hier ist Wonderful Life der Schlüssel und der Rest der Beschreibung ist der Wert. Eine leicht vereinfachte Beispieleingabe von Metadaten in die Library-Blockkette. Die Partei oder die Parteien, die in einer laufenden Auktion am meisten bietet oder bieten, kontrolliert, was ein Name zurückgibt. Abgesehen von der Verwendung der Library-Blockkette zum Speichern von Namen und Metadaten, gibt es nur geringfügige Unterschiede zwischen den Blockketten von Library und Bitcoin und die Änderungen stellen im Allgemeinen Verbesserungen dar, die im Konsens beschlossen wurden. Wir haben den Hashing-Algorithmus verbessert, die Block-Belohnungsfunktion geglättet, die Blockgröße erhöht, die Gesamtzahl der Credits erhöht und uns auf eine Off-Chain-Abwicklung vorbereitet. Die Library-Blockkette verwaltet lediglich die LBC, also Library Credits, Bilanzen und einen Content-Namensraum oder Katalog. Der nächste Teil, LibraryNet, gibt an, was mit diesen Daten zu tun ist. Im Vergleich zum bestehenden Web ist die Blockkette wie das Domänensystem, also sie führt eine Liste dessen, was verfügbar ist. Während der nächste Teil es ermöglicht, Inhalte tatsächlich abzurufen und zu bezahlen. Wenn Sie ein Bitcoiner sind und sich fragen, warum wir die Bitcoin-Blockchain nicht verwenden, können Sie hier eine detaillierte Antwort auf diese Frage lesen. Siehe Link. Zweiter Teil des Protokolls, Teil B, das Datennetzwerk, LibraryNet. LibraryNet ist die Schicht, die die Library-Blockkette über ein einfaches Zahlungssystem hinaus nützlich macht. Sie besagt, was mit den in der Library-Blockkette verfügbaren Informationen zu tun ist, wie Zahlungen ausgegeben werden, wie eine Inhaltskennung nachgeschlagen werden kann und so weiter. Um das Library-Netzwerk nutzen zu können, muss der Computer eines Benutzers in der Lage sein, Library zu sprechen. Diese Schicht ist das LibraryNet. So wie Ihr Computer über eine Bibliothek verfügt, die es ihm ermöglicht, HTTP, DNS und andere Sprachen und Protokolle zu verstehen, ist LibraryNet das Stück Software, das es Ihrem Computer ermöglicht, zu verstehen, wie er mit dem LibraryNet-Swerk interagieren kann. Um zu verstehen, welche Rolle LibraryNet spielt, wollen wir ein wenig mehr in eine Beispielbenutzer-Interaktion eindringen. Sobald ein Benutzer den Zugang und den Kauf bestätigt hat, wie in Schritt 5 unseres Anwendungsbeispiels oben, geschieht Folgendes. Erstens, LibraryNet gibt eine Suchanfrage für den mit dem Inhalt verbundenen Namen aus. Wenn der Kunde keine lokale Kopie der Blockkette besitzt, wird diese Suche an meiner, also Mitbenutzer, oder an einen Dienstanbieter gesendet. Bei dieser Suche werden die mit dem Namen verbundenen Metadaten ermittelt. Zweitens, LibraryNet stellt alle erforderlichen Zahlungen gemäß den Metadateneinträgen aus. 2.1 Wenn der Inhalt freigeschaltet wird, geschieht hier nichts. 2.2 Wenn der Inhalt auf einen Preis in LBC eingestellt ist, muss der Kunde eine Zahlung in LBC an die angegebene Adresse ausstellen. Wenn der Inhalt verschlüsselt veröffentlicht wird, gewährt LibraryNet keinen Zugang bis diese Zahlung erfolgt ist. Und 2.3 Wenn der Inhalt so eingestellt ist, dass er eine andere Zahlungsmethode hat, muss der Verkäufer einen Dienst ausführen oder nutzen, der einen privaten Server zur Verfügung stellt, der die Zahlung erzwingt und Zugriffsschlüssel bereitstellt. Drittens, gleichzeitig zu Punkt 2 verwendet LibraryNet die Metadaten, um den Inhalt selbst herunterzuladen. 3.1 Die Metadaten ermöglichen es, Brocken zu entdecken und in einer BitTorrent-ähnlichen Weise zusammenzusetzen. Im Gegensatz zu BitTorrent identifizieren sich die Chunks jedoch nicht einzeln als Teil eines größeren Ganzen. Chunks sind einfach willkürliche Teile von Daten. 3.2 Wenn LibraryNet keine Knoten findet, die die Chunks kostenlos anbieten, dann bietet es Zahlungen für Chunks an andere Hosts mit diesen Chunks an. 3.3 Diese Zahlung erfolgt nicht über den Nachweis der Bandbreite oder die Hinterlegung bei Dritten. Stattdessen verwendet LibraryNet Reputation, Vertrauen und kleine Anfangszahlungen, um zuverlässige Hosts zu gewährleisten. 3.4 Wenn Inhalte nicht direkt auf Library veröffentlicht werden, können die Metadaten andere Zugriffsmethoden anweisen, wie zum Beispiel eine Netflix URL. Dies ermöglicht es uns, Inhalte zu katalogisieren, die noch nicht auf Library verfügbar sind, sowie Legacy, also Vermächnis, und Erweiterungszwecke anzubieten. Schicht 2 Dienstleistungen Es sind die Dienste, die das Library-Protokoll tatsächlich nützlich machen. Während das Library-Protokoll bestimmt, was möglich ist, sind es die Dienste, die die Dinge tatsächlich tun. Während das Protokoll vorgegeben, offen und fest ist, ist die Diensteschicht viel flexibler. Es ist viel einfacher, eine Webseite neu zu gestalten, als das HTTP-Protokoll selbst zu überarbeiten. Dasselbe gilt auch hier. Hinzu kommt, dass, ebenso wie in den frühen Tagen des Internets die Vorstellung der späteren Richtung des Webs unergründlich gewesen wäre, so mag auch die beste Nutzung des Namensraums oder der Technologie von Library unentdeckt bleiben. Es gibt jedoch einige klare Anwendungsfälle. Anwendungen und Geräte Eine Library-Anwendung ist die Art und Weise, wie ein Benutzer tatsächlich sinnvolle Interaktionen mit dem Library-Netzwerk haben würde. Kleiner Einwurf von mir, zum Beispiel odyssey.com Ein Library-Client verpackt die Leistungsfähigkeit des Library-Protokolls in eine einfache Anwendung, die es dem Benutzer ermöglicht, einfach nach Inhalten zu suchen, bei Bedarf dafür zu bezahlen, sie herunterzuladen und zu genießen. Darüber hinaus kann ein Library-Client den Benutzern die passive Teilnahme am Netzwerk ermöglichen, sodass sie automatisch Belohnungen im Austausch für die Bereitstellung von Bandbreite, Speicherplatz oder Verarbeitungsleistung für das gesamte Netzwerk enthalten. Wieder kurze Ergänzung von mir, das heißt, jeder Computer, der mit Library arbeitet und installiert hat, stellt auch Bandbreite und Speicherplatz für das Netzwerk bereit. Auch Anwendungen, die über einen herkömmlichen computergestützten Browser hinausgehen, sind möglich. Zum Beispiel ein Library-Fernsehdongel, ein Library-Radio und eine beliebige Anzahl vorhandener Inhaltszugriffsmechanismen können über ein entsprechendes Library-Gerät implementiert werden. Die Entdeckung von Inhalten Obwohl der vom Library-Protokoll zur Verfügung gestellte Namensraum bei der Entdeckung hilfreich ist, so wie das Web ohne Suchmaschinen oder Aggregatoren viel weniger nützlich wäre, benötigt Library seine eigenen Entdeckungsmechanismen. Suchfunktionen können sowohl aus dem Katalog der in der Blockkette zur Verfügung gestellten Metadaten als auch aus der Transaktionshistorie der Inhalte, die in der Blockkette verfügbar sind oder im Netz beobachtet werden können, aufgebaut werden. All diese Daten ermöglichen zusammen mit der Benutzerhistorie die Erstellung von Inhaltsempfehlungsmaschinen und erweiterten Suchfunktionen. Die Suche auf Library kann auch in Form von Featured Content erfolgen. Kunden können Featured Content nutzen, um zusätzliche Sichtbarkeit für neue Inhalte zu schaffen, nach denen die Verbraucher sonst vielleicht nicht suchen würden. Verbreitung von Inhalten Vertreiber digitaler Inhalte mit Server-Client-Modellen sind den Launen der Internetanbieter und feindseliger ausländischer Regierungen unterworfen. Der Datenverkehr von den Host-Servern kann gedrosselt oder ganz gestoppt werden, wenn die Eigentümer von Kabeln und Routern dies wünschen. Im Falle des Library-Protokolls kommen die Inhalte jedoch von überall und überall her und können daher nicht so leicht erstickt werden. Darüber hinaus schaffen die Marktmechanismen des Library- Protokolls einen starken Anreiz für eine effiziente Verbreitung, was die Kosten für Hersteller und Internet-Service-Provider gleichermaßen senken wird. Diese Eigenschaften, zusammen mit den abschreckenden Eigenschaften von Library bei Verstößen, machen Library zu einer attraktiven Technologie für große bestehende Daten- und Inhaltsverteiler. Abwicklung von Transaktionen Während Zahlungen direkt auf der Library-Blockkette ausgegeben werden können, fördert das Library-Protokoll ein Transaktionsvolumen, das ohne den Einsatz von Off-Chain-Abwicklungen nicht zunehmen oder steigen wird. Im Wesentlichen werden Transaktionen nicht an die Kern-Blockkette ausgegeben, sondern an einen Drittanbieter. Diese Anbieter verfügen über eine beträchtliche Anzahl von Zahlungsmitteln, die zur internen Kontoführung und zur Abwicklung einer geringeren Anzahl von Transaktionen an die Kern-Blockkette verwendet werden. Im Gegenzug erhalten diese Anbieter eine kleine Gebühr, die aber geringer ist als die Gebühr, die für die direkte Ausgabe der Transaktion an die Blockkette erforderlich ist. Verdienste von Library Library Credits oder LBC sind die Rechnungseinheit für Library. Letztendlich werden eine Billion LBC nach einem festgelegten Zeitplan über 20 Jahre bestehen. Der Zeitplan verfällt exponentiell mit etwa 100 Millionen im ersten Jahr. Zusätzlich werden einige Credits auf einer festen Basis vergeben. Die Gesamtaufteilung sieht wie folgt aus. 10% für Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen und andere strategische Partner. Organisationen wie die EFF, die ACLU und andere, die für digitale Rechte und die Sicherheit und Freiheit des Internets gekämpft haben. 20% für Adoptionsprogramme. Wir werden viele Bonusgutschriften vergeben, besonders in den frühen Tagen von Library, um zur Teilnahme zu ermutigen. Wir werden uns auch darum bemühen, Credits auf breiter Basis zu vergeben, um sicherzustellen, dass der Marktplatz ausgewogen ist. 10% für uns, sowohl für die Betriebskosten als auch für den Gewinn. 60% für Library-Benutzer, die durch den Abbau der Library-Kryptowährung verdient haben. Also durch das Meinen. Nun, der Kampf gegen das Hässliche. Als weder Naivlinge noch Schurken erkennen wir an, dass die Library für schlechte Zwecke eingesetzt werden kann. Die Technik ist häufig so. Die Verschlüsselung schützt unsere Privatsphäre, ebenso wie die von Terroristen. Mit Autos können wir wunderbare Entfernungen zurücklegen und Millionen von Menschen pro Jahr töten. Die Kehrseite von Library ist, dass sie zum Austausch illegaler Inhalte verwendet werden kann. Mehrere Faktoren der Library machen jedoch eine illegale Nutzung weniger wahrscheinlich, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Im Großen und Ganzen, wie auch beim Auto und bei der Verschlüsselung, überwiegen die Vorteile der Library eindeutig gegenüber ihrem schändlichen, ruchlosen Einsatz. Um die Wirkung einer Technologie zu bewerten, müssen wir uns überlegen, wohin sie uns vom aktuellen Stand der Dinge bringt und nicht anhand eines platonischen Ideals oder einer vergangenen Ära urteilen. Bei der Beurteilung von Library müssen wir es mit einer Welt vergleichen, in der BitTorrent bereits existiert und recht populär ist und nicht mit den 50er-Jahren vergleichen. Library ist eine Verbesserung gegenüber BitTorrent im Kampf gegen unappetitliche Inhalte. Auf mindestens vier Arten. Erstens, mehr Datensätze. Library enthält ein öffentliches Transaktionsbuch, in dem Namenskäufe und veröffentlichte Inhalte verzeichnet werden. Da viele Käufe ebenfalls in das Hauptbuch aufgenommen werden, bedeutet dies, dass Verletzungshandlungen häufig für immer aufgezeichnet werden oder zumindest weiterhin sichtbar sind. Zweitens, aktualisierbare URLs. URLs ist der Uniform Resource Locator, also die eindeutige Adresse. Sobald sich ein BitTorrent-Magnet-Hash in der freien Wildbahn befindet, gibt es keinerlei Mechanismus zur Aktualisierung oder Änderung seiner Auflösung, also seiner Sichtbarkeit. Wenn ein Library-Name auf rechtsverletzenden Inhalt hinweist, kann er aktualisiert oder entfernt werden, aber nicht von uns. Drittens, härtere Strafen. Die Strafen für die Gewinnerzielung aus einer Rechtsverletzung sind weitaus härter und können Gefängnisstrafen beinhalten, während die Rechtsverletzung ohne Gewinnerzielungsabsicht nur zu gesetzlichen Schadensersatzleistungen führt. Dies dient als weitaus stärkere Abschreckung für alle rechtsverletzenden Verwendungen als BitTorrent bietet. Kleine Ergänzung von mir. Mit BitTorrents kann ja niemand Geld verdienen, weil es ja immer kostenlos zur Verfügung steht. Deswegen gibt es da nur Schadensersatzforderungen wegen Urheberrechtsverletzungen. Viertens, teuer und unmöglich. Eine Off-Chain-Regelung wird bei jeder bedeutenden Netzwerkgröße eine Voraussetzung für effiziente Einkäufe sein. Abrechnungsdienstleister, uns eingeschlossen, werden in der Lage sein, Käufe für rechtsverletzende Inhalte zu blockieren. Wenn bei einem erheblichen Verkehrsaufkommen rechtsverletzende Inhalte nicht vollständig entfernt oder blockiert werden können, werden die Transaktionsgebühren dies unerschwinglich teuer machen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass Library-Benutzer nach wie vor dem DMCA und anderen Gesetzen über geistiges Eigentum unterliegen. Benutzer, die rechtsverletzende Inhalte veröffentlichen, werden nach wie vor dafür bestraft, dass sie dies genau so tun, wie sie es über BitTorrent tun würden. Library erweitert lediglich die Palette der verfügbaren Optionen. Damit stellt Library eine strikte Verbesserung gegenüber BitTorrent im Hinblick auf illegale Nutzungen dar, das keinen der aufgeführten Mechanismen bietet. Unsere Werte Wir wollen der erste Marktplatz für digitale Inhalte sein, der folgendes tut. Erstens, Benutzer wie Erwachsene behandeln. Library spielt kein Kindermädchen. Sie ermutigt die einzelnen Menschen, ihre eigenen Vorlieben zu äußern, anstatt in unsere eigenen aufzudrängen. Wir ermöglichen es, den Verbrauchern selbst zu entscheiden, wo und von wem sie digitale Inhalte kaufen möchten. Zweitens, offen, umfassend und transparent operieren. Jeder kann im Library-Netzwerk veröffentlichen oder mit ihm interagieren. Niemand braucht eine Genehmigung von uns oder jemand anderem. Library ermutigt alle Parteien, sich am Netzwerk zu beteiligen, anstatt ummauerte Gärten anzulegen. Library ist eine vollständig offene Spezifikation und der gesamte Code ist Open Source. Der Quellcode ist Open Source. Drittens, beweisen, dass Dezentralisierung keine Rechtsverletzung bedeutet. Bestehende dezentralisierte Veröffentlichungsprotokolle bieten den Rechteinhabern keine Möglichkeit, gegen illegale Inhalte vorzugehen oder Gewinne aus illegal geteilten Inhalten zu erzielen. Libraries Service-Ebene, Blacklisting-Mechanismen und das Benennungssystem verbessern den Status quo. Viertens, Anerkennung der modernen digitalen Realitäten und ethischen Normen. Die Prohibition hat auf Schritt und Tritt und in jeder Iteration versagt. Die Regulierung menschlichen Verhaltens funktioniert nur, wenn sie sich an moralischen Normen orientiert, die von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt werden. Wenn es unmöglich ist, Drogen aus Gefängnissen fernzuhalten, dann wird es auch nie möglich sein, das Urheberrecht mit analogen Taktiken im unendlich weniger kontrollierten Internet durchzusetzen. Man sollte sich stattdessen auf die Anreizwirkung konzentrieren. Während die Einhaltung der Gesetze an erster Stelle steht, sollten wir uns so weit wie möglich darauf konzentrieren, ein System zu schaffen, das sich mehr darauf verlässt, den Menschen keine Entschuldigung dafür zu geben, das Falsche zu tun. 5. Keine Miete kassieren Was auch immer ein Künstler oder Schöpfer für seine Arbeit verlangt, sollte an ihn gehen. Die Verteilung von Bits ist überaus einfach. Es ist nicht nötig, 45% an YouTube oder 30% an Apple zu geben. Der Verzicht auf die Miete ist nicht nur ein Versprechen, sondern fest programmiert. Die Natur von Library bedeutet, dass dies niemals getan werden könnte, weder von uns noch von jemand anderem. Digitale Kunst ist eins der ersten Güter, das sich über die Knappheit hinaus entwickelt hat. Diese Entwicklung verändert die Art und Weise, wie Inhalte entdeckt, veröffentlicht, bezahlt und geliefert werden. Bislang hat der Mangel an Transparenz- und Monetarisierungsmechanismen in Peer-to-Peer-Sharing-Netzwerken die Piraterie weitgehend ermöglicht. Durch die Ausstattung eines Peer-to-Peer-Protokolls mit einer digitalen Währung und einem transparenten, dezentralen Buch öffnet das Library-Protokoll die Tür zu einer neuen Ära der Verteilung digitaler Inhalte und macht die Verteilung von Peer-to-Peer-Inhalten für große Verlagshäuser, Selbstverlage und alle dazwischenliegenden Personen möglich. Wenn Library erfolgreich ist, werden wir in eine Welt eintreten, die noch kreativer, vernetzter und bewahrender ist. Wir werden weniger verschwenden und mehr verdienen. Wir werden eine Welt schaffen, in der ein Teenager in Kenia und ein Reality-Star in Los Angeles mit demselben Werkzeug dasselbe Netzwerk durchsuchen und Zugang zu denselben Ergebnissen haben wird. Eine Welt, in der Information, Wissen und Fantasie keine Grenzen kennen. Bauen Sie mit uns unseren Traum auf. Kunst im Internet-Zeitalter So, ja, ich bin wieder da und schalte meine Kamera wieder an. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich weiß, der Text war ein bisschen zu sehr ins Detail gehend, was die Technik angeht, aber es ist trotzdem hilfreich zum Verständnis, denn der Punkt ist eben, wie ja bereits erklärt wurde, dass es dezentral ist, also nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert wird und dass es dennoch auch ein Bezahlsystem ermöglicht, sodass eben nicht alles kostenlos sein muss und jeder, der daran teilnimmt, ist ein Teil des Netzwerkes und somit, wenn eine große Beteiligung besteht, eine ausreichende Beteiligung besteht, dann ist es auch ein robustes System. Ich selbst habe auch noch so meine Fragezeichen bei bestimmten Details und das kann man durchaus auch kritisch sehen. Bestimmte Fragen, zum Beispiel was die Namensvergabe angeht, von wegen, ja, wie läuft denn das dann mit einem bestimmten Thema oder Schlagwort, wer zuerst kommt, malt zuerst oder wer am meisten bietet, das lässt sich durchaus diskutieren und das können wir auch gerne mal diskutieren. Wie gesagt, das Video hier war jetzt eine rein technische Einführung und das Thema Meinungsfreiheit als solches und über das Zeitgeschehen und was sonst noch so ansteht, darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Wir können das ja gerne mit, im Rahmen einer Direktübertragung noch mal durchgehen, wenn ihr Vorschläge habt oder wenn es Fragen gibt zur Benutzung. Auf jeden Fall fordere ich hier mit jedem auf, diesen Schritt zu gehen, um YouTube den Rücken zu kehren. Ich habe zwar jetzt nicht die super Reichweite, aber es ist nun mal draußen jetzt und diejenigen Kanäle, die schon auf Library gewechselt sind und deren Inhalte dort zur Verfügung stehen, die machen es möglich, dass auch du als Konsument statt YouTube einfach Library öffnest und dir dort die Inhalte anschaust und dann geht kein Geld mehr an Google oder Apple oder YouTube, sondern du kannst die Medienschaffenden direkt unterstützen und es gibt, wie gesagt, dieses Belohnungssystem, was auch dir einen Obolus, wie sagt man denn da, eine kleine Belohnung gibt. Und je nachdem, wie du das Ganze handhabst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich mache jetzt hier mal Schluss und ich werde meinen Einladungslink für Library hier unter das Video setzen und auch den vorgelesenen Artikel, die vorgelesenen Artikel auflisten und freue mich, wenn ihr zu Library oder zu Odyssey wechselt. Wie gesagt, Odyssey ist eine Plattform, eine Anwendung, die sich des Library-Protokolls bedient und eventuell noch weitere Verbesserungen bietet, was die optische Gestaltung angeht oder die Suchfunktionen oder Ähnliches. Das bedeutet aber, alles, was auf Library veröffentlicht wird, wenn du jetzt bei Odyssey bist und dort etwas suchst, das ist gleichermaßen verfügbar. Ich danke dir für dein Interesse, falls du tatsächlich bis hierhin durchgehalten hast und neue Videos mit anderen Inhalten sind auch in Arbeit. Ich danke allen Unterstützern und habt eine schöne Zeit. Kopf hoch, Brust raus, bis bald.